60 also ist die hälfte von dem was ich hatte das mit jedem macht habe ich gleich nur noch eine fackel ich brauche noch ein paar ich habe eigene kohle das ist eine kohle gewachsen gesprengt und ich bin im wengen kann auch einer oder helde gelaufen muss ich sagen was lustig ist die damen zuschauer fragen wie sie das neue kanalbannerchen finden aber da kannst du ja auch gleich nachfragen nur in der schriftgröße nicht so ja du schreibst mir die kommentare wie findet ihr meinen kanalbanner bis auf die schriftgröße die schriftgröße wird noch daran gearbeitet der designer waren einfach wieder zu inkompetent ich weiß nicht wer der war nur ein einfach nur ein bisschen verpeilt es ist besser wie inkompetent oder grünes lustig Bündnis sicher Auer 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 Jaja der Känner schweigt und genießt ah Creeper jetzt schon Spannende und das ist so Wichtigkeit und nachdem auch nur Wichtigkeit Machbuch Machbuch die paar Miete Ich habe gerade nur Kostiluellen facken 20 FPS Wenn ich nicht aufnehmen habe ich über 100 verdammte Achse normal also ich habe momentan 36 30 ich habe fest eingestellt dass er mit 30 aufnehmen soll nur das ist einfach mit 20 auf weil mein Glückwunsch nur bei der Verbrechung auch fest eingestellt ist scheiße programmiert ja es merkt ich bin ich hab's eingestellt 30 bis aufnehmen und ich nehme mit der bestätigt auch ich musste mich daran haben aber nichts zu erinnern und jetzt ist es wieder drei ich habe einfach den Problem der sich von der Welt und habe kein einzigen schlossen Schimmer das ist ab und ins Wort jetzt war über die Erdenseite ja ich bin die Koordinaten ne die kann ich eh nicht lesen ich bin so dumm kann zumal die Frage hatten in der Let's Play together die Städte Koordinaten ja okay auch fahrt ich bin in die falsche Richtung gelaufen war eine halbe Stunde um und ich bin angekommen nicht machen den Götter Schauspieler Knicken bei mir mit Koordinaten es ist schon mal eine hohe und jetzt plant sich mal ein bisschen was sie das sind rein also Leute ich werde jetzt dann schon langsam wieder zu euch auf gekämmert weil ich hab jetzt mittlerweile fast ein Stack so verheißen beieinander du bist fleißig am Pfarrm eisen du abgekackter Zombie mann ich war gerade da oben dann schubst du mir die ganzen Berg wieder runter und ich hab jetzt schon mal ein bisschen was auf teilen ich bin als erstes hier ist eine Hexe wo mann wo zum bis zum bis zum bis zum bieter menge um 8 Uhr heilig ist doch noch gelangt will ich schon das ist hier in der Nähe das ist eine Echse ich habe ich bin so aufgeschmissen wenn ich hab mal keine Minimap haben ich hätte heute nicht in der Folge werdet ihr oben rechts im Minimap oder nicht nicht folgen ich weiß nicht wie lange wir jetzt auch nicht mehr ich sag mal so nächstes Session habt in einem Minimap oben rechts verspreche ich euch einfach so in Play dann mache ich einen momentiertlichen staatlichen dingens stattlichen baumeister oder so ich bin jetzt auch wieder ich habe ja mal durch die fähre und essen beraten so ich mich generell ums farmen kümmern oder hat da schon einer was zum vorgab baumkunde mal also essen und so also getreideform habe ich schon angelegt also hast du schon ich bin hier klar kannst du dich machen so sehr geil mit 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 ihren so ich kann ja so eine auf land wird machen und so genau ich habe jetzt nur so provisorisch war das dann sein werden eine übertriebene gerne was steht zusammen die wird wahrscheinlich über 50 mal 50 blöcke übergestreckt so nachpflanzen und wer platzt nach um die maschine ich bin der rotenboote ja genau der rotenboot kann man vorbeikommen stimmt eigentlich du weißt da weißt mir jetzt den weg nach hause weil ich bin hier im Sumpf biome dann irgendwie wieder im Börken biome aber ich die renne euch in Börken biome kommen nicht zum spawnen sondern immer wieder von einem anderen Ende vom Sumpf raus ich bin schon in einem riesen höhlen system unterwegs die so praktisch er hat noch kein haus wohnt doch nirgends aber hat schon mal ein höhlensystem entdeckt ja natürlich gut und ich war gerade ganz wüt für eisenfarmen für uns dass man uns waffen machen gegen die zombies die fahrt ja dann um dann zu sein ich bin der vorken weg ein wohnung bewirfte mich wird die fahrt wort die fahrt die runde die runde bringen sie noch um das mal ja ich hab noch kein die sich für sechs sie aus total in einer lach und ledermontur ja 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 los ja 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 ich bin ich bin ich bin ich bin genau bei mir in der Nähe von der bude wie einer zeckt ihn bei mir an boah das wird bei lockern als gripper kann man ja versuchen der fischchen oder was oh silberfische sind natürlich ekelhaft oh es wirft ihr nicht hassen diese Viecher so eigentlich aber wir finden sie toll wir wissen sie aber findet sich nach hausliebe kohle mit nach hausliebe dankeschön was hast du drin gebrannt bleich ich glaube ich habe nach hause gefunden auch bitte kommen jetzt muss ich nicht mehr auf auf den auf die oberhalb von gesagt er haben hoffen gut wer zu tun das muss ich glaube schon ich glaube schon ich glaube schon ja bei den Händel laufen direkt ein creeper von der Tür komm herr so grün ist mit Gießen von meinem Haus weg Gießen von meinem Haus weg Gießen von meinem Haus weg auch verdammt alter ich bin ja auf einer ganz falschen Wiese ich will nach hause so wird das Ding ein Pfeifen er hat die besten machen ich denke ich bin schon baut und ob man noch Schwert gemacht wahrscheinlich weiß wie man Koordinaten lesen muss ne ich will keine Koordinaten lesen ich will ohne wir machten sowas ich ein Dutch er ist mit einer mit einer mit einer mit 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 ja es leckt immer noch mega es geht nicht mehr es geht aber ich habe gerade so viele Tiere ich glaube die schlachte ich jetzt mal alle mit einem anpflanzen ich habe so lange angeplant wir stehen schon acht damit nein so ist so schnell durch ein überraschungszombie ja als ob ich ein Enderman angekommen surprise geht er mit einem geschenk vor dir so wo man von Zombies spricht na ihr Massen äh ich habe ein paar Hater am Arsch kleben Hilfe ich bin am Arsch der Wende und habe ein paar Hater am Arsch geil ich habe ein Enderman am Arsch hey Major kannst du mir helfen bei mir die Höhle ist ein zu spät ich habe jede Menge Zombies gerade am Hacken hier ja ich auch oh Gott Gott sei Dank Gott sei Dank Gott sei Dank dann kann der Dutch vielleicht auch schneller nach Hause für eine Nacht war noch nie so lang ja ehrlich ganz schön lang aber ich habe gerade eher damit zu kämpfen wo es nach Hause geht naja weil er hat noch mal die erste Folge drängt weil auch die Planeten fahren verloren ja oh ja 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 aber du das reinfühlt daran könnt ihr euch schon mal gewöhnen hat mein Haus eh lebt oder meinen Bunker den ich rauskommen habe ich eh noch keiner irgendwie zum platt gemacht dahint ich geh mal gucken wo du wohnst ach du ich bauen ein bisschen na schon gut aus Achtung Creeper am Berg doch ein thema zu bereden wir sind so karte durcheinander am quatschen ein bisschen bisher verstößt und so weiter wenn ich auch immer fragt das häufig jahre ich bin da kommen wir an youtube zum beispiel für letzte mal ist es dort ist es war ein seiner von euch anlernen wir müssen aufpassen immerhin schon hier im pimmelberg wird immer in der männern geguckt ich bin gar nicht da aber wahrscheinlich ist auch ich habe sie gar nicht an die jahre und aus der see ich bin nicht nur weit weg von euch sondern auch weit tief unter der erde für die ganze diamanten aber das am start dann noch nicht mal eisener sondern stein aber der mit mir dann eisen kraft und dann aus eisener die diamanten der beste wirtschaften und ist klar du bist nicht weit weg von uns sondern weit weit weg die arbeit und ich hoffe die katzen ziehe dass ich leckte mit der stecker denn ich bin ja okay schon wurde gerade krank eine menate direkt nehmen ich habe einfach nichts gemacht für ein kleines allgemein kränke hat noch jemand von 80 z 458 wo jetzt jetzt lustig 280 plus muss sich die fragen ist besser ich bin auf 2950 das wird ein bisschen weiter bischen auch mann alter 2 8 5 0 2 8 4 5 0 muss man nicht nur das leute sind ganz komisch drauf ich bin ganz gefühlt da gefahren na das macht man eigentlich normal nur ja es wird jetzt geteckt lol keiner ist sie weit hier alter ist das was lol geile landschaft lol was hat sich gerade offen ich glaube mich hat eine biene gestochen das macht einen hier auf pausen clown schon direkt ich habe gerade genug stein gefunden ein schönes fahrrad vorbei west hoher das ist die kürze fabio wirst du so bin wie heißt es sich die idee wie war es noch mal 2850 der begriff ist etwas älter 2850 major ja dann bin ich jetzt bei ex schon bei 2850 wo es mal wie wie lange zu ihnen eigentlich die parts dann werden schluss 15 minuten parts oder 15 minuten sagen ich kann er werde ich ja er muss ich gucken ist das eben selbst überlassen ja kommt auch wann wie viel du vor produzieren kann so oder oder 10 nicht vor ich mache live im aufnahme das sind die daten gehen wir zu schauen von mir gewinnt ja umgehen auch letztendlich gebrauchen das ist geil zu einem Prozent des ZS 4 4 8 5 0 und dann müssen wir eine Schammer im Moment von zehn weil du bist nur 30 Meter weg von mir dann und da kommen wir eigentlich auch schon drehen sind ja auch so ein stein Fläche aber machen wir es mal upload würde ja eine Koordinaten also um einen ersten Prozess oder Wendel so zusammen auf gleichzeit also dass man auf jeden fall ein zweimal die woche ein video rausholen oder sie waren vielleicht noch mal im ende oder macht sie auch ja und auch 500 meter in die richtung 500 meter man könnte sich aufteilen mit dem upload na wieso wieso wir sind jetzt sechs spieler und jeder könnte jeden also jeder einen upload in der woche so jeder einen part in der woche ich habe eine scheiß große schlucht gefunden erst mal rein die ankunft von datt verspätet sich um exakt vor 20 stunden wir waren irgendwie gerade beim upload hängen geblieben also jeder von uns einen party woche und dann haben wir ja sechs tage zusammen eingeben und einen tag und der eine tage ist der tag des herrn das problem ist wir nehmen wir alle so gesehen fast jetzt im moment gleichzeit und dann sich jeder die folgen dann angucken dann ist das alles dieselbe folge immer einen tag versetzt nur halt aus einer anderen perspektive außerdem ein tag ein video die woche ist das nicht wenig ich meine gain hat sich also ich mache dann jeden tag eine folge und das wären ja ich jetzt das projekt bringen weil ich einfach montan nichts hat was ich auf mir kann bis auf mp pvp krams also gain ist ja jetzt gestorben das ist vorbei noch nicht ganz aber ich weiß noch haben eben am wixen am wixen ich würde nicht kommen die karten auch schon koordinat ich habe mein handy liegen ja der hightech ja ich musste jetzt kandidaten aufschreiben also mindestens zweimal die woche wäre es ja dann schon fast mindestens also ich weiß ich mache aber ich will aber am liebsten fünf mal bis auf fünf ja dann muss aber jeder gucken wie auch zeit hat dass er den upload plan einhalten kann ich meine man das ja hier zusammen einigermaßen hat so dass er es folgen sondern so die ersten folgen auf jeden fall jetzt die die wir aufnehmen und dann werden wir sowieso getrennt voneinander aufnehmen dass man mal auf der sich da auf dem zusammen das martin und ich oder du und mal die markt oder ich schon eddie und eddie und so und dann jetzt weiß man ja und teufel ein pärchen hat sich geboten darf immer beteiligt in die kommentare also da würde ich mir sagen wir müssen zwei folgen die woche wenn es möglich ist hier ist kein zwang also soll ja auch kein zwang sein aber schon richtig dass da auf dem kanal gleichzeitig erscheint weil sonst ist ja eigentlich schon spoiler so gesehen genau